So... Ach, Freunde... Das ist dieses blöde Silikonohr. Da denkt man immer, man hat die Kohle gefunden? Nee... Da denkt man, Mama hat die Kohle aus der Tasche gezogen? Nee! Es hat nur Silikon. Ja... Da fällt mir grad was ein. Ja, mir auch. Oh Gott. Nee, lass uns nicht darüber reden. Lass uns nicht darüber reden. Bitte. 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 Nee. Ekelig. Ja. Also, das möchtet ihr nicht wissen, ganz ehrlich. Das möchtet ihr nicht wissen. Ja, das... Das werden sie so nicht wissen, ob sie das wissen wollen. Nee, also... Das wollt ihr nicht wissen, das weiß ich jetzt schon. Das kann ich euch... Ähm... Jo, macht nix. Wollen wir dann eine Aufnahmepause starten? Ja, das kann man... Jo. Jo, das ist gut. Wir haben für heute ja ordentlich was... Ja. Aber wirklich ordentlich. ...singgebaut und... Ey, soll ich mal was sagen? Wir haben jetzt fast wieder zwei Stunden... Wollen wir die zwei Stunden glatt machen? Ja, ja, mach... Mach ruhig. Dann haben wir wenigstens das glatt, weißt du, und... Hm. Jo. Fände ich gut, wenn wir's glatt machen. Aber ich sag euch, ne... Das wollt ihr nicht sehen. Na, ich hatte's schon wieder vergessen, jetzt hab ich's wieder im Kopf, verdammt. Tja. Wow. Ähm... Ne, dann haben wir nämlich die zwei Stunden für heute voll wieder. Jo. Und, ähm... Also, was heißt für heute die zwei Stunden? Wir haben ja heute dann bestimmt sechs Stunden schon jetzt aufgenommen. Oder? Oh Gott, das ist auf jeden Fall wieder eine sehr lange... Halbe Stunde der Special, dann eine Stunde nochmal... Ja, vier... Fünf Stunden. Fünf Stunden haben wir aber bestimmt. Viereinhalb, fünf... Und die ganze Zeit war Kuro dabei. Okay. Schauen wir mal, wann Kuro uns das nächste Mal wieder beehrt. Ja, ja. Vierhundert oder so. Ja, lass doch... Schnell ran, du. Schnell ran. Folge 400 willst du erst wieder kommen? Echt, so spät? Weiß ich auch nicht. Aber ist schnell ran. So lange dauert das auch nicht mehr. Ja. Da eben 1500. Boah. Was? Boah, wenn wir das wirklich irgendwann mal geschafft haben, ey. Jo. Dann könnte man stolz auf uns sein. Wie viele Folgen Minecraft hat Kron gemacht? Oh Gott. 2000... Nein. 1200... 1200 irgendwas. Ich frag mich immer noch, ey. Wie man so viel Folgen machen kann. Boah. Aber... Das wundert mich nicht, dass er dann irgendwann das nicht mehr sehen konnte. Und die Leute wollten trotzdem immer noch, dass er weitermachen. Ja. Ja. Ich auch. Ja, aber ich war auch enttäuscht. Musiker Song. Ich auch. Aber er zwitscht. Er zwitscht ja. Und auf Twitch, ähm... Verbreitet er jetzt sein Schrecken mit Minecraft. Sein Schrecken? Ich hab' kein Holz. Bitte hoch. Wie oft, wenn ich... Wenn ich nur einen Cent kriegen würde, wenn ich sage, ich hab' kein Holz, ne? Nee. Entschuldigt. Tone Werbe. Was für Holz wirft. Hatten wir einen Vertrag damit. Hatten wir einen Vertrag damit. Mhm. Tone Werbe. Was für Holz wirft. Weißt du, was ich nicht mehr, äh, gefunden hab? Diese Überraschungssteine. Oder so diese verschiedenen Sachen rausgefunden. So wie Bücher und so. Ja, ja. Achso, ja. Die haben so eine komische Farbe. So lila-weiß sehen die aus. Die kommen auf einmal, ähm, ähm, taucht da einer auf. Und wenn du da einen ab, ähm, abbaust, dann, ähm, verbreitet sich das rundum so. Und da sind immer Überraschungen dran. Die find ich cool. Mhm. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ich hab' auch schon lange keine besonderen Tiere ein bisschen. Ja, der Mark hatte erst vor kurzem, ähm, eine Bio gehabt, da gab's Gott so mit. Mhm. Aber die sind normal Standard-Minecraft ja auch. Ja, die hatte ich aber noch nie gesehen vorher. Okay. Mhm. Und ich hatte mal, auf Screen, einen Rundfug gemacht. Und da hab' ich, ähm, ein paar neue Sachen entdeckt gehabt. Die hatte ich auch markiert, aber die Marker sind jetzt in der Lage ist aber nicht. Naja, erst hast du mir die Hölle heiß gemacht dafür. Ja. Jetzt auf einmal ist es nicht mehr so schlimm, weißt du? Ja, ich glaube echt, das hat die Probleme irgendwie vorgerufen, dass ich die Marker, ähm, wieder kopiert habe sozusagen, wieder reinkopiert habe. Boah, Frauen, ey. Nächstes Mal sag' ich, hasse Pech. Lebt damit. Genau. Ne, ähm, ich vermute echt, dass da irgendwie der Hase im Pfeffer begraben war. Weil jetzt funktioniert alles, wo ich die Marker wieder neu gemacht hab und die neue Version aufgespielt hab' und so. Oh, Abraham Lincoln kommt zu Besuch als Zombie. Hab ich schon, hab ich schon. Und schon wieder wurde Abraham Lincoln erschossen. Der wurde doch gar nicht erschossen. Ja? Natürlich wurde Abraham Lincoln erschossen. Ja. Okay. Oh mein Gott, they killed Abe. Ja. Ich wusste gar nicht, dass der erschossen würde. Ja. Ich dachte, er ist eines natürlichen Stoßes gestorben. Nein. Hm. Kuro. Kuro ist auch eines natürlichen Stoßes gestorben. Ja, er hat, er hat einen Schreck gekriegt vor Spinne. So. Äh. Baby! Ich hab' nen Dalek-Hut! Nein. Doch, ich hab' nen Hut von nem Dalek! Aus Dr. Hoot! Du Cheater! Nee, ist das gut. Der kam mir gleich so bekannt vor. Ich dachte so, hä? Das kommt dir doch bekannt vor. Hab' den dann einfach mal umgehauen. Den Zombie mit dem Dalek-Hut. Und dann stand er wirklich oben rechts in der Ecke. Dalek-Hut. Geil. Geil, den will ich dir gleich mal zeigen. Komm zurück, meine Spitzacke ist weg. Jo, in 5 Minuten ist sowieso Pause. Dann haben wir die 2 Stunden volle. Und dann ist erst meine Rubin-Spitzacke im Übrigen kaputt. Nur mal so zur Info. Ne? Ah, meine Axt, meine ich. Meine Axt, die hat jetzt ganz schön lange gehalten, ne? Nur so zur Info. Ja, meine auch. Ich dachte, die sind beide gleich stark. Tschau, Mama. Boah, hier ist gruselig. Hier ist gruselig. Ja. Hilfe, ich grusel mich. Hilfe, ich grusel mich. Hier ist gruselig. Hilfe, ich grusel mich. Ist egal. Ja. Ja, wir haben noch... Wir haben noch 5 Minuten. Boah, jetzt ist hier Zeitdruck angesagt, oder? Ja. Und es ist Nacht draußen. Boah, und es regnet. Ja, die ganze Zeit. Ich glaube, ich wäre jetzt gar nicht dran gekommen, um anzukommen. Ich wäre bestimmt mit raus zu gehen. Soll ich irgendein Bildschirm angeschaltet, was ich nicht mehr sehe? Es ist schlecht. Was ist das so dunkel? Ich habe ein Bildschirm angeschaltet, was man wegkärt. Ich sehe eine Sonne. Ich sehe das wohl nie wäre. Wenn du auf M drückst, ist es wieder weg. Wo ist M wahrscheinlich? Boah, die Blitzer. Oh, die Blitzer hat gerade in der Berg eingeschaltet. Dann drück ich jetzt einfach alles. Also normalerweise sollte es auf M wieder weggehen, weil das ist diese Galaktik-Card. Dann gerade bringen wir es. Bad drückt, weil... Ah, es ist jetzt. Okay. Hier biegt. Hier biegt. So. So, Popo. Ah, komm, das rauche ich jetzt auch nochmal weg. Bis auf die Höhe. Wer schießt dich an? Zombie? Äh, Skratt? Ja, ich habe nach Nitro was geguckt. Nitro wie. Nitro wie, Nitro wer, Nitro was. Gut. Wenigstens einer, der noch danach guckt. Ich gucke schon gar nicht mehr danach. Naja. Ich hatte den, wie gesagt, hier gesehen, da hing er hier ganz unten am Felsenraum. Was? Ich habe gerade einen Zombie geschnitzelt. Okay. Der von oben heruntergefallen ist. Was ist daran so lustig? Ja. So, gut, ja. Ich komme nochmal zurück. Ich habe den auch nicht gefunden. Ist halt nur noch Nitro was da. Ja, schauen wir mal, ob der in der nächsten Aufnahmesession wieder da ist. Wenn wir den Server nochmal neu starten. Pipapo. Oder der backt jetzt genauso rum wie ein Nitro was letztens. Oder klont sich wieder. Keine Ahnung. Oder das ist in der geheimen Cloning-Maschine. Ich weiß es nicht. Was ist der denn? Ich hinter dir. Guck mal, hier ist ein Creeper mit so einem Pilomen auf dem Kopf. Ja! Nein! Nicht! Explodieren! Scheiße. Der ist explodiert. Das war ich. Hier, Baby. Der Dalek-Hu, den habe ich jetzt auf. Wenn wir gleich die Aufnahmepause machen, dann zeige ich dir den. Wo denn? Wo bist du denn? Mal was probieren, ob das funktioniert hier in Mine-Kraft. Oh, ich habe es doch gewusst. Ja. Wir warten jetzt eben noch, bis Kuro da ist. Seid ihr denn? In unserem Haus jetzt. Im Haus. Es gibt viel Heuwe. Ja. So viel Heuwe. Mal aufwarten, bis ich da bin. Ja, ja, ja. Sowieso. Sowieso, Susi. Sowieso. Sowieso, Baby. Sowieso. Oben? Ja. Hm? Im Haus. Im Haus? Mhm. Betten. Oben, halt. So. Genau. Reinbetten. Mhm. Mhm. Okay. Ja. So. Ich wollte mir doch nur den Dalek-Wut angucken. Mhm. Aber in der Aufnahmepause ist jetzt echt willkommen. Ja. Bei der Zeit, die wir heute... Boah. Übel. Übel, übel. Aber hat Spaß gemacht. Mhm. Muss ich schon sagen. Und wir haben jetzt so viel vorproduziert, Baby. oie, oie, oie. oie. So. So. Dann komme ich jetzt mal zurück. Bist du das? Ja. Ja. Ich werde mich delaktöten. Eliminieren. 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 Na gut, mit viel Fantasie, ja. Eliminieren, eliminieren, eliminieren. Ich find den Hut cool. So, dann gehen wir jetzt mal zur Kuhu. Zack, nach oben. Ich setze mich auf die rote Couch. Äh, die Schwe... Wow. Ich wär fast drauf reingefallen. Ja. Normalerweise geht das hier in diesem Boxback sogar, dass man explodiert, aber das geht hier nicht. Oder wollen wir doch am Tisch, dann keine Kuhu aussitzen. Komm, wir gehen an den Tisch. Ich kann nicht sitzen. Reg auf, da geht nicht. Da haben wir doch nie rausgefunden. Das sind Passantur-Seeds. Ich schätze mal, das ist für irgendeinen Mod und da muss man noch irgendwas machen dafür. Ja. Vielleicht braucht man den ja für die Rakete. Die, 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 die... Naja, gut. Ach, entschuldigt. Boah, schon 11 Uhr wieder fast. Na gut, alles klar. Liebe Freunde, wir beenden damit hier... Eliminieren, die Aufnahme, eliminieren, Session. Eliminieren, 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 eliminieren. Ah, entschuldigung, ich muss den Head absetzen. Den Dalek gut. Zerjöfen. So. Jetzt passt's wieder, ich hab wieder die Axt hinten im Kopf. Machst du mit deinem Kopf. Tü, tü, tü. Tü, tü. Ja. Leuchtet's noch? Ja. Ja, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt aufgesetzt. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was sind wir für ein Trio? Du bist, äh... Trio Infernale. Guck mal. Irgendet hab ich jetzt auch, das ist ein Wahlhut. Wollte schon sagen, ich bin das Atom. Abraham Lincoln. Mark hatte grad hier so eine Selbstversteuerungsanlage auf dem Kopf und Kuro den Mauszeiger, der den Schalter drückt. Und ich bin jetzt gerade, ich bin jetzt gerade Abraham Lincoln. Man sieht leider den Bart nicht, weil mein Gesicht zu schwarz ist. Jo, ich bin rich, rich. Ja. Eliminieren, eliminieren, eliminieren. Gut, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession von Let's Play Minecraft Ära. Ära. Und, ähm, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gehabt euch wohl. Vielen Dank an Kuro, dem Huhn, der so oft gestorben ist und trotzdem noch mitgemacht hat. Vielen Dank, Kuro, auch für den Kanalbanner. Vielen Dank fürs Mitmachen im Special und vielen Dank für die ganze Aufnahmesession. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder. In Folge 1000, 5000, 6000. Vielleicht ja in der nächsten oder übernächsten Ära schon. Wer weiß das. Ähm, ja. Und bis so dahin, ne? Tschüss. Bis dahin. Liebe dich. Tschüss. Ich bin dich auch.